Die Dentalbranche befindet sich in einem bedeutenden Wandel, da Praxen größer werden und viele Mitarbeiter beschäftigt sind und die Gesundheitsbehörden standardisierte Behandlungsprotokolle fordern. Um diese Trends zu adressieren, basierend auf jahrelanger Forschung zum Verständnis der Kundenbedürfnisse, haben wir XO-Flow entwickelt. XO-Flow ist eine digitale Zahnbehandlungslösung, die auf einer neuen Technologie basiert, welche es bisher nicht gab. Ein Beispiel ist das Dashboard, eine berührungsaktivierte grafische Benutzeroberfläche, welche in der Instrumentenbrücke integriert ist. Die Tasten auf jeder Seite des Dashboards machen es einfach und intuitiv, alle Funktionen zu steuern. Jedes Instrument verfügt über ein Kontrollfenster zum Einrichten des Instruments und ein Display zur Überwachung der Daten. Ein einzigartiges Merkmal von XO-Flow ist die Möglichkeit, mit Instrumentenvoreinstellungen zu arbeiten, die zur Durchführung einer bestimmten Aufgabe optimiert sind. Jeder Anwender kann mit den mitgelieferten Grundeinstellungen arbeiten oder seine eigenen Voreinstellungen entwickeln. Wenn zum Beispiel die Voreinstellung Excavation gewählt ist, wird der Mikromotor auf das Excavieren von kariösem Dentin eingestellt. Die Bediener werden angewiesen, ein blaues Winkelstück mit einem Rosenbohrer auf dem Mikromotor zu montieren. Bei aktiviertem Fußanlasser rotiert der Bohrer mit einer konstant niedrigen Drehzahl von 2000 Umdrehungen die Minute. Optimal zum Entfernen von kariösem Dentin. Es ist möglich, eine Voreinstellung zu kontrollieren und anzupassen. Tippen Sie auf den grünen Schieberegler, um die Menge des Spraywassers zu sehen. Passen Sie das Spraywasser bei Bedarf an. Oder schalten Sie das Spraywasser aus. In der Voreinstellung Excavation ist die taktile Funktion aktiviert. Das Gerät stoppt die Rotation des Bohrers, wenn gesundes Dentin berührt wird. Die Voreinstellung Excavation aktiviert auch die Funktion der automatischen Arbeitsfeldtrocknung. Wenn das Instrument stoppt, trocknet ein Luftstoß automatisch den Arbeitsbereich. Dies ermöglicht eine konstant klare Sicht ohne Wechsel der Multifunktionsspritze. Aktivieren Sie eine neue Voreinstellung mit nur einem Klick. Die Voreinstellung Finishing bietet optimale Instrumenteneinstellungen für das Ausarbeiten einer Kompositrestauration. Die Bediener werden angewiesen, ein blaues Winkelstück und ein Politurinstrument zu montieren. Die Drehzahl des Instruments kann mit dem Fußschalter bis zu 25.000 RPM reguliert werden. In der Voreinstellung Finishing ist die Sprühmenge moderat. Die taktile Funktion und die automatische Arbeitsfeldtrocknung ist deaktiviert. Basierend auf den Standardprotokollen der Praxis können optimalen Workflows für die Aushärtung von Kompositfüllungen oder die Aufbereitung von Wurzelkanälen mit XOflow integriert werden. Um einen optimalen Workflow für die Aushärtung einer bestimmten Kompositfüllung aufzurufen, verwenden Sie die Filterauswahl und wählen Sie den von der App vorgeschlagenen Arbeitsablauf aus. XOflow führt die Bediener durch die Arbeitsschritte, ohne dass sie separate Protokolle einsehen müssen. Für jeden Schritt zeigt das Display die optimale Belichtungszeit und Strahlungsleistung an. Ein Schritt wird mit dem Fußschalter aktiviert und das Display zeigt die verbleibende Belichtungszeit an. Gehen Sie zum nächsten Schritt und fahren Sie auf diese Weise fort, bis alle Schritte aufgeführt wurden. Jeder Benutzer hat ein Profil, in dem seine individuellen Einstellungen gespeichert sind. Alle Benutzerprofile sind vom gesamten Netzwerk aus zugänglich. Die Remote Desktop App ermöglicht es, XOflow mit anderen Dentalgeräten und Softwarelösungen in einem Netzwerk zu verbinden. Das Dashboard und der Navigator sind mit verstärkten Glasfronten und schützenden dünnen Stahlrahmen ausgestattet. Der Patient hat freien Zugang zum Stuhl und das Bedienpersonal kann die Instrumente leicht erreichen. Der Stuhl ist bequem und atmungsaktiv. XOflow wurde entwickelt, um gleichzeitig gut zu sitzen und gut zu sehen. Die Bediener sitzen in einer aufrechten, ausbalancierten Sitzposition und der Patient befindet sich in einer waagerechten Position. Um alle Zahnoberflächen gut zu sehen, sollten die Bediener in vier verschiedenen Arbeitspositionen sitzen. Und der Kopf des Patienten sollte in sechs verschiedene Positionen gebracht werden. Die Ergonomie-Leitfaden-App bietet eine Anleitung für gesunde und optimale Arbeitspositionen. Die Behandler können sich auf den Patienten konzentrieren und vermeiden Belastungen für Fingerhände, Arme und Schultern. Es dauert weniger als 20 Sekunden, um XOflow von rechts auf Linkshänderbetrieb umzustellen. Einfach den Saugschlauchhalter umstecken, den Navigator und die Ablageplatten im XO-Worktop. Eine Vorbehandlungscheckliste-App ermöglicht es sich, mit dem Gerät vertraut zu machen. Die Assistenz übergibt die Instrumente an den Zahnarzt, während sie die Absaugung verwendet. Sowohl der Zahnarzt als auch die Assistenz können sich die Instrumenteneinstellungen über das Dashboard anpassen. Der Zahnarzt kann sein eigener Assistent sein. XOflow ist für eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt. Die digitale und modulare Technik ermöglicht es, Software- und Hardwarekomponenten aufzurüsten. Das Gerät ist aus Aluminiumguss, Stahl und hochwertigen Komponenten gebaut. Also, die es gibt in der Zahnarzt. Vielen Dank.